Bibelferse für Kinder erklärt Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Römer 13, Vers 14 Hanna ist mit sich und der Welt zufrieden. Die letzte Stunde ist ausgefallen und da hat sie sich im Supermarkt eine Tüte Lakritzbonbons gekauft, eine Pfefferminzschokolade und ein paar Gummibärchen. Als sie sich bei der Kasse anstellt, fällt ihr Blick auf dieser leckeren Kekskaramellregel mit Schokoladenüberzug. Die Schlange an der Kasse ist so lang, dass sie in Ruhe ihr Geld zählen kann. Es reicht gerade noch für diese Regel. Sie überlegt einen Moment, da ist sie auch schon an der Reihe und nimmt schnell eine Packung Keksriegel und legt sie auf das Band. Jetzt sitzt sie in der Sonne auf einer Parkbank und während sie sich die Pfefferminzschokolade auf der Zunge zergehen lässt, schaut sie den Enten beim Baden im Teich zu. Ein paar Hundebesitzer drehen ihre Runden, einige Schüler nehmen die Abkürzung durch den Park, um zum Bus zu kommen. Ein kleines Mädchen zerbröselt einen Keks und schon kommen die Tauben und picken alles weg. Eine Ente kommt aus dem Wasser und dann eine zweite. Nach kurzer Zeit kann sich die Kleine vor lauter Vögeln kaum noch retten. Ich hab schon gegessen, Mama, begrüßt Hannah ihre Mutter, als sie nach Hause kommt. Heute ist Jungschar und außerdem haben wir viel Schularbeiten auf. Mit diesen Worten ist sie schon die Treppe hoch, um möglichst schnell in ihr Zimmer zu gelangen. Sie setzt sich gleich an ihren Schreibtisch und kramt ihre Jungschar-Mappe hervor. Letzten Mittwoch haben die Mädchen eine Karte mit einem Bibelvers bekommen und diesen Vers will sie jetzt kunstvoll auf ein Blatt malen. Der kommt dann in die Mappe und ab und zu sammeln Ingrid und Renate die Mappen ein. Für eine gut geführte Mappe gibt es eine kleine Überraschung. Ach, da ist er ja, der Vers. Sie liest ihn sich erst einmal durch. Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierdenwachwerden. Römer 13, Vers 14 Es klopft. Ja, ruft Hannah gedient. Mama steht in der Tür. Hannah, es gefällt mir nicht, dass du nicht isst. Das ist nicht gesund, sagt sie. Wir hatten heute früher Schluss und da musste ich länger auf den Bus warten und da war ich noch im Park. Ja und, fragt Mama. Ich habe mir im Supermarkt was zu essen geholt, deshalb bin ich jetzt satt, antwortet sie zögernd. Mama seufzt und schließt die Tür. Hannah fängt an, mit Druckbuchstaben den Vers auf ein Ringbuchblatt zu schreiben. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Sie versteht den Vers nicht. Bei dem Wort Vorsorge denkt sie an Mama, die öfter zu einer Vorsorgeuntersuchung musste, als sie schwanger war. Als Leo dann geboren war, musste er als kleines Baby auch ständig zu irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen. Und sie selber war doch neulich auch bei einer Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt. Das war etwas unangenehm, weil sie ein Loch hatte und außerdem stehen ihre Zähne schief. Und da fragte sie der Zahnarzt, ob sie viele Süßigkeiten essen würde. So viele isst sie eigentlich nicht, hat sie ihm gesagt. Aber der Zahnarzt war nicht zufrieden mit ihrer Antwort. Sie bekam eine Füllung und muss eine Zahnspanne tragen, sobald die Milchzähne alle draußen sind, erklärte ihr der Zahnarzt. Vorsorge für das Fleisch. Was das wohl bedeutet? Sie hat ein paar Abziehbilder, mit denen sie den Bibelfers verziert. Dann schaut sie sich ihr Werk noch einmal an. Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Römer 13, Vers 14. Gut so. Sie hat sich auch nicht verschrieben. So kann es bleiben. Sie heftet das Blatt in ihre Mappe. Jetzt hat sie noch genug Zeit für die Schularbeiten. Die Jungschar-Stunde beginnt immer mit Liedern und Gebet. Dann sprechen sie über den Vers, den sie doch wohl hoffentlich alle in ihrer Jungschar-Mappe haben. Renate, eine der beiden Jungschar-Lehrerinnen, fragt, wer liest ihn vor? Kim meldet sich, schüchtern. Sie ist noch nicht lange in der Jungschar. Renate nickt ihr zu und Kim liest. Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Römer 13, Vers 14. Einige Mädchen sind schon unruhig, weil sie spielen wollen. Aber Ingrid und Renate sagen jedes Mal, dass es wichtig ist, viele Verse zu kennen und zu verstehen und am besten auch noch auswendig zu lernen. So lassen sie auch heute nicht locker. Also, was kann es bedeuten, den Herrn Jesus anzuziehen, fragt Ingrid. Was machen wir nachher, will Isabella wissen. Kathrin schlenkert mit den Beinen. Kim schaut jedoch aufmerksam in Richtung der Jungschar-Lehrerinnen. Ich glaube, dass wir dem Herrn Jesus ähnlicher werden sollen, antwortet sie. Ja, das ist richtig. Und was ist Vorsorge für das Fleisch, hakt Ingrid nach. Das habe ich mich vorhin auch gefragt, als ich den Vers gemalt habe, ruft Hannah. Ey, Hannah, hast du einen Bonbon? Kathrin stupst Hannah von der Seite an. Hannah sucht in ihrer Tasche. Tut mir leid, die Lakritz-Bonbons sind schon alle und die Gummibärchen habe ich zu Hause gelassen, antwortet Hannah wahrheitsgemäß. Könnt ihr mal einen Augenblick zuhören, fragt Ingrid sanftmütig, aber bestimmt. Keiner weiß, was Vorsorge für das Fleisch ist und so erklärt Ingrid. Vorsorge heißt, für etwas schon vorher zu sorgen. Das kann etwas Gutes, aber auch etwas Schlechtes sein. Wenn ein Eichhörnchen sich sein Winterfutter zusammensucht, dann kann man sagen, dass das Eichhörnchen Vorsorge für den Wintervorrat trifft. Das muss es auch, weil es im Winter kein oder nur wenig Wutter findet. Aber wenn ich weiß, dass mir etwas schadet, dann sollte ich mich rechtzeitig davon abwenden. In der Bibel steht das Wort Fleisch für etwas, was mit unserer Sünde oder mit unseren Schwächen zusammenhängt. Ingrid überlegt, wie sie weiterreden soll. Dann fährt sie fort. Mal ein Beispiel. Dass zu viele Süßigkeiten nicht gesund sind, sagt uns jeder Zahnarzt. Hanna wird rot. Wenn ich den Schrank voller Süßigkeiten habe, dann ist es schwerer, keine zu essen, als wenn ich keine habe. Was? Wir dürfen keine Süßigkeiten essen? fragt Zainab. Das habe ich nicht gemeint, erklärt Ingrid. Wenn du ab und zu einen Bonbon oder einen Keks isst, wird dein Zahnarzt sicher nichts dagegen haben. Aber wenn ich weiß, dass ich mehr esse, als ich soll, dann ist es besser, für meinen Vorrat an Süßigkeiten keine Vorsorge zu treffen. Wenn ich einen großen Vorrat an Süßigkeiten habe, sorge ich dafür, dass Begierden wach werden. Ich sehe die Süßigkeiten und will sie essen. Oh, oh, denkt Hanna, als sie an ihre Karamellriegel denkt und ihre Schokolade und die Gummibärchen. Das war ihr vorhin doch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt versteht sie. Der Bibelfers wird plötzlich lebendig und ist gar nicht mehr langweilig. Sie nimmt sich fest vor, ihn auswendig zu lernen. So, jetzt dürfen die Kinder spielen. Und während sie alle lärmend von ihren Stühlen rutschen, wollen wir uns noch einmal auf den Vers konzentrieren und ihn gemeinsam sprechen. Zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Römer 13, Vers 14 Römer 13, Vers 15 Römer 13, Vers 15 Römer 14, Vers 15